Das Ziel dieser Sitzübungen soll sein, dass der Reiter, gleich ob Anfänger oder Fortgeschrittener, den Bewegungsablauf des Pferdes erfüllt und unabhängig vom Zügel unverkrampft tief im Sattel sitzt. Ja, festliegen lassen das Bein, das ist eine der schwersten Übungen, ohne Bügel leicht zu traben. Wir haben den Dressursattel runtergenommen und haben einen Springsattel raufgelegt, der hier sehr schön gepauscht ist, passend genau zur Länge des Oberschenkels der Reiterin. Und jetzt gehen wir zum leichten Sitz über, den Oberkörper etwas vor. So, und noch ein bisschen mehr und das Gesäß mal aus dem Sattel und nach vorne gucken. So, schön die Wade ran, jetzt ist die Wade der Punkt, der dir Sicherheit gibt. Ja, und noch einmal. Genau so sind die Hände richtig, da lässt du die Hand alles das Pferd machen lassen. Jawohl, gut.